Musik Was geht, eure Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal was Neues, was Altes, wie auch immer Viele von euch, wirklich viele von euch lieben diese Serie finden sie einfach am besten und zwar Fixing FIFA und da Pep Guardiola jetzt bei Manchester City ist und Jose Mourinho bei Manchester United habe ich mir gedacht, Fixing Manchester zu machen also eine Hälfte von Manchester City und eine Hälfte von Manchester United Wer von den beiden wird sich dann am Ende durchsetzen das heißt, wir werden natürlich mit zwei Kapitänen spielen und ich habe mir vorgestellt, dass als kleine Überbrückung weil es wirklich noch zwei Monate sind ja zwei Monate, ich sehe es hier, bis zu FIFA 17 die eigentlich vom Prinzip her genau gleich ist wie Fixing FIFA ganz normal, Fixing Frankreich war ja bei euch übelst beliebt ich weiß nicht, ob wir die machen sollen ich will eigentlich nicht so like geil sein, aber 5000 Likes ich habe echt lange nicht mehr 5000 Likes gefordert also beziehungsweise bekommen ob wir das dann vielleicht schaffen und dann safe auf jeden Fall Fixing FIFA machen oder Fixing Manchester wäre auf jeden Fall krank aber wie gesagt, das ist eure Entscheidung und ihr könnt auf jeden Fall jetzt alles in die Kommentare schreiben was ihr euch wünscht zum Beispiel auch bei unserem Upgrade System wir sehen hier schon ihr Nacho im ZOM und jetzt interessiert ihr euch wahrscheinlich auch für unsere beiden Kapitäne und die heißen heute natürlich Sergio Kuhn, Aguero und Zlatan Ibrahimovic bei Manchester United wer hätte es auch anders gedacht es war ja auch im Titelbild also äh, ja okay oder pappt wie auch immer, hat wahrscheinlich nicht gespoilert also das sind unsere Kapitäne einmal Sergio Aguero und Zlatan Ibrahimovic wie wir die ganze Sache jetzt hier angehen werden das kann ich euch kurz erklären weil die Serie ja so, sag ich mal zwei Monate halten soll habe ich mir gedacht wird pro Tor von Ibrahimovic und Aguero ein Upgrade oben drauf gegeben bei einer Vorlage von Aguero oder Ibrahimovic jeweils ein Upgrade das heißt, egal ob Tor oder Vorlage es gibt immer ein Upgrade das heißt, wir können auch mal ein paar Threaty Goals machen alles klar äh, ja, das ist natürlich für den Spezialisten im Reef FIFA wieder ein richtiges Luxusproblem und pro Sieg natürlich auch zwei Upgrades also nur diese drei Sachen, das gibt es hier momentan natürlich gibt es wirklich so viele Sachen auf die man achten kann aber dafür, dass es jetzt so eine Überbrückungs-Fixing-FIFA-Serie sein soll bis zu FIFA 17 denke ich mal, müssen wir auch ein bisschen langsamer vonstatten gehen wir starten natürlich in Liga 10 und ähm, ja, eigentlich übelst nice wie gesagt, dann am Ende nur noch City-Spieler und Manchester United-Spieler also übelst krank Jose Mourinho gegen Pep Guardiola wir können es ja auch so machen alle Sachen, die Aguero leistet kommt auf einen Manchester City-Account das heißt, wir können nur die Tore, wenn Aguero schießt äh, Manchester City-Spieler davon upgraden und die Tore, die Ibra schießt seine Upgrades gehören dann nur dem Manchester United-Spieler also eigentlich übelst, äh, ja, simpel erklärt ich hoffe, ihr versteht das ihr könnt natürlich auch nochmal euer Konzept, äh, reinschreiben und ich würde sagen wir wollen jetzt mal hier starten mit dem Spiel Nummer 1 in Liga 10 mit Zlatan und Kuhn ich bin bereit Liga 10, wir können es hier schon sehen also, das ist noch ein Starter-Account eigentlich übelst nice da haben wir zwar schon ein paar Spiele gemacht aber, wen juckt das Ganze ich glaube, ihr Nacho und unsere beiden Bomber da vorne Aguero und Ibra sind bereit jetzt hier das Spiel, ja, äh, an die Hand zu reißen oder wie auch immer also schreibt auf jeden Fall mal rein äh, ob ihr die Serie sehen möchtet als Überbrückung fixen FIFA-Serie oder nicht 5000 Likes ob wir es schaffen, keine Ahnung wir werden schon krank und auf jeden Fall auch eure Vorschläge jetzt geht's endlich mal los hier mit Spiel Nummer 1 auf geht's den Gegner hätten wir und klar, am Anfang ist es immer schwer mit einem Bronze-Team zu spielen ich hoffe, sein Team ist jetzt nicht so gut ähm, oh mein Gott nein, Digga das ist Digga okay, Liga 10 alles klar wir spielen mit einem, ähm Bronze-BPL-Team gegen ein Gold-BPL-Team aber wir haben immerhin Ibra und Aguero eigentlich müsste das dicke Upgrades noch dazugeben wenn so ein Team gegen so ein Team auftritt egal, wir haben ein Menü-Wappen und ein Manchester City-Trikot die Kombination läuft auf jeden Fall ob wir es jetzt schaffen oder nicht ich weiß es nicht Zlatan Ibrahimovic und Pierson und Ihinacho der Typ, der der kann ja jetzt mal hier rasieren der sieht Barker irgend so ein komischer Bronze-Spieler Barker ach, scheiße okay einfach nur Tore machen da ist schon Zlatan da ist schon Zlatan Ibrahimovic aber gut natürlich auch pariert von kurz unser Bronze-Spieler er macht einfach hier schon den Wirbel und sieht Rod Will Rod Will keine Ahnung wer das ist Rod Will läuft einfach durch wie Messi und wo ist das Tor denn man oh mein Gott oh mein Gott Ihinacho jetzt Kun Aguero Kun Aguero mit dem 1 zu 0 und das war so schön gespielt dieser Scoop-Turn heißt er glaube ich oh mein Gott ich spiele 10.000 Jahre FIFA wirklich 10 Jahre oder so und er weiß nicht wie es heißt aus Scoop-Turn richtig schön vorbeigekommen hier keine Chance für seinen scheiß Verteidiger Mann und Aguero mit dem 1 zu 0 easy jetzt pass mal auf oh nein oh nein oh nein er muss einmal nur durchspielen und das ist nicht das Tor hä ja okay das ja okay das Junge wie hat der Ding gehalten aber guck mal er braucht eine Chance das ist das Problem er darf gar nicht zu so einer Chance kommen zack Zlatelipinovic Ihinacho Junge spielt er sehr defensiv Digga er spielt sehr defensiv gegen ein Bronzeteam sein Ernst das ist sein Ernst Mann es ist sein Ernst okay mein Ernst ist das jetzt hier das ist mein Ernst Junge mach ihn doch Aguero oh nein Heilzeitstand 1 zu 1 Junge er spielt sehr defensiv sein Ernst aber okay müssen wir durch ist egal jetzt schaffen wir hier können wir es nochmal sehen einfach ausgeglichen keine Frage war dafür dass er das deutlich bessere Team hat ne äh ja spielen wir schon gut jetzt kommt Aguero Digga oh mein Gott er gibt ihm also ich krieg schon Chancen ja okay ich hab genau das gleiche Problem wie ihr also daher die Statistik es ist einfach so ich weiß nicht ich hab jetzt ein Larenkabel drin hoffen wir mal dass das jetzt besser ist für euch mach ich hier noch ein Spiel wir haben ja eigentlich ein Tor geschlossen mit Aguero das heißt ein Upgrade zähle ich jetzt einfach mal dazu denn es stand 1 zu 1 und wir waren eigentlich besser äh wenn man jetzt mal die Teams vergleicht und deswegen mach ich noch ein zweites Spiel geht nicht auf wir haben zwar verkackt aber ja jetzt mit dem Abbruch Modificator oder wie auch immer der heißt ist auch egal wir starten jetzt Spiel Nummer 2 los geht's Gegner Nummer 2 ist am Start er heißt Santa Fe FC also ja ich munkel mal das Team wird nicht so gut sein aber vielleicht täusche ich mich auch und er hat jetzt hier ein richtig geiles Gold Team ja äh du darfst es bewundern es sieht auf jeden Fall nicht gut aus oder eigentlich nicht wirklich er hat auf jeden Fall äh Nelson weil das Legend hier im zentralen Mittelfeld warum auch immer Abazaha auf dem rechten Flügel und äh gefährlicher Sturm so halbwegs kunterbuntes äh Team ist jetzt nicht das Beste wir haben Ibra und Aguero sollten wir eigentlich hinbekommen oh ja genau so will ich das in Ihe Nacho auf Ibra Kadabra läuft durch Schuss und starker Einsatz starker Einsatz jetzt Aguero man der kann laufen der kann laufen und lauf jetzt einfach mal flache Flanke auf Ibra wollen wir es versuchen da ist Zlatan Ibrüme wird schon fassen er läuft durch nein nein er läuft einmal durch er hat eine Chance auf ein Tor jetzt oh nein er hätte das nicht machen dürfen aber egal schön auf Baka Baka er kann nicht schießen deswegen direkt wieder auf Aguero Aguero Finanze und da ist es das 1 zu 1 und was für ein Tor und was für ein Tor Sergio Aguero schön gemacht muss man ernsthaft sagen hier auch der Pass von unserem Bronzespieler und dann ja schön verarscht und da perfekt was willst du mehr da vorne man da ist Ibrahimović den müsste er eigentlich bekommen oh mein Gott komm zieh 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 er kriegt den er kriegt den Ibra komm Ibra jetzt einmal ausspielen Zlatan Ibrahimović Halbzeitstand 1 zu 1 wenn man jetzt ehrlich ist geht das in Ordnung wir lassen zwar hinten naja wenn er durchkommt dann lassen wir halt viel zu aber vorne hätten wir auch mit dem Pfostenschuss auch das 2-1 machen können hier Nacho auf Ibra oh mein Gott er gibt dem Ibra auf hier Nacho Schuss und was war das Nacho nochmal auf Zlatan Ibrahimović Zlatan Ibrahimović falsche Richtung aber egal das macht er das macht er oh mein Gott komm 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 Ibra er läuft durch Schuss und was muss er eigentlich jetzt gehen 61 Minuten wir haben noch Zeit wir haben noch Zeit da ist nicht Ibra da ist nicht Ibra wer ist das Barker oder so irgendeiner Pearson ich schwörs euch der ist heftig und ich wollte schon sagen jetzt geht er auf nein macht ihr das 2-1 diese Kombination zwischen den Bronzespielern wer hätte das jetzt mal gedacht also ich auf jeden Fall nicht schauen wir uns doch mal an schöner Freistoß und dann perfekt komm 3,1 77 Minute da geht doch noch was da geht doch noch was Ibrahimović jetzt jetzt Longshot einfach Longshot Ibrahimović Barker Junge der kann nicht mehr laufen aber er kriegt den Pass noch hin er kriegt den Pass noch hin und da ist Zlatan Ibrahimović ey heute ist der Bomb bei ihm drin das gibt es nicht und das Spiel ist aus ja so ganz zufrieden bin ich nicht wir gewinnen zwar 2-1 aber Zlatan hat so viele Chancen gehabt heute war einfach nicht sein Tag es war einfach Pech einfach dabei muss man sagen so stark wie er sich da auch durchgesetzt hat leider hat seinen Keeper einfach alles gehalten und Man of the Match ist einfach Pearson unser Bronze Spieler wer hätte das jetzt immer ehrlich gedacht also starker Kopf weil muss man ja auch nochmal sagen wir schauen uns nochmal die Chancen an und die waren eindeutig auf unserer Seite da kannst du sagen was du willst verdient der Sieg und Ibrahimović macht auf jeden Fall in der nächsten Episode die Tore bin ich mir sicher er hat sich jetzt hier oder schon mal ein bisschen aufgewärmt mit den Schüssen und nächste Episode geht da rein das war es mit Episode 1 von Fixing Manchester also wenn ihr mehr sehen möchtet dann lasst jetzt gerne eine Bewertung da schreibt eure weiteren Vorschläge in die Kommentare insgesamt haben wir jetzt 4 Upgrades ja einmal das Tor durch Aguero eigentlich hat er ja schon 2 gemacht dann dieser Abbruch Modificato wir haben ja 2 Spiele gespielt und der Sieg plus 2 sind insgesamt 4 Upgrades wie sollen wir upgraden das ist die Frage wollen wir nach Ratings upgraden das heißt guck mal von Ihe Nacho zu Aguero wären es 18 Upgrades dann würde das halt todeslange dauern aber wie gesagt die 2 Monate Unterbrückung äh oder Überbrückung sage ich mal mit Fixing Manchester wäre natürlich dann sick wenn das so sein sollte oder von Bronze auf Silber und dann von Silber auf Gold ganz normal dass das ein Upgrade kostet oder halt wie gesagt von Ihe Nacho zum Beispiel zu Aguero plus 18 dass wir das so upgraden sollen wie wollt ihr das sehen schreibt es in die Kommentare und welche Upgrades wollt ihr sehen und dann äh ja war es das jetzt erstmal macht es gut wie gesagt nur Manchester und Manchester United Spieler also City und United und dann bin ich jetzt raus 5k Likes wären fresh ja Ibra wird auf jeden Fall die Tore noch machen in den nächsten Episoden bin ich mir sicher haut rein und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal